Es gibt etwas sehr seltsames im Miraculous Ladybug, das die Produzenten übersehen haben. In der Folge, der Kampf der Miraculous Teil 2, befiehlt die akumatisierte Chloe ihren Bienen alle Pariser zu stechen, damit sie ihre Diener werden. Marinette und Adria verwandeln sich mit Hilfe ihrer Kräfte in eine Wasserversion ihrer Superhelden und springen in die Senna, um nicht gestochen zu werden. Soweit scheint alles normal zu sein, oder? Aber bevor dies geschah, während die Bienen die Menschen verfolgten, stand André der Eismann auf der Brücke und beobachtete Adria und Kagami. Nach dieser Szene zu urteilen, muss André der Eismann Adrias geheime Identität kennen. Was denkst du darüber?